Ahoi ihr Sternenschlachten liebenden Bausteinbauer und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Bevor ich loslege, denkt immer dran, bei Lego gibt es kein Kriegsspielzeug. Also kein echtes. Fantasie ist vollkommen okay. So Leute, worum geht's? Es geht um die 75379. Der neue Lego Star Wars R2-D2, der jetzt am 1. März 2024 erscheinen wird. Gut, Teilanzahl ist hier bei 1050, liegt hier bei 1050 und ich habe mich sehr gefreut, dieses Set endlich bauen zu dürfen. Warum? Ja nun zum einen, weil ich ein absoluter Star Wars Fan bin und damit auch Lego Star Wars Fan bin. Da kommen zwei Welten zusammen, die ich extrem geil finde und ich habe noch keinen R2-D2. Die bisherigen waren mir alle nicht so, weiß ich nicht, so einen großen wollte ich nicht. Und hier haben wir jetzt die richtige Größe für mich auf jeden Fall. Und dann noch in einer Sonderedition, einer Spezialedition, der Lego feiert mal wieder einen Geburtstag. Ich bin ja mal gespannt, ob ihr während des Videos tippen könnt, was der Gute hier eventuell kosten wird oder kostet bei Lego, ohne nachzugucken. Nicht schummeln, ist eine böse Sache, ja. Und am Ende verrate ich euch dann den Preis und generell die Preiseinordnung. Werfen wir mal einen Blick auf die Box, denn hier ist ein bisschen was Besonderes dabei. Wir haben hier unten das Logo, 25 Jahre Lego Star Wars. Unser R2-D2 strahlt hier in die Richtung, projiziert so einen Brick und gleichzeitig könnte man meinen, er projizierte die exklusive Figur. Und seht ihr, was das ist? Seht ihr, wer das ist? Schaut mal, Darth Malek. Ja, der ein oder andere wird sich fragen, wer ist denn das? Wie hat denn der mit R2-D2 zu tun? Dazu komme ich gleich, da sage ich gleich was dazu. Witzig, witzig, aber irgendwie cool. Und von hinten sieht es dann einmal so aus. Ihr habt hier die Funktionen, was ihr alles ab- und anbauen könnt. Und hier einmal unseren R2-D2 in Action, quasi nochmal abgebildet. Also das Box-Design mit dem Blauen gefällt mir generell wirklich echt gut. Die beiden Sonnen, die da oben rumfliegen, sind auch am Start. Wir haben natürlich auch eine Anleitung. Und wir haben auch in der Anleitung ein paar Aufkleber dabei gehabt. Diese hier. Okay. Es ist ein Spielset, es ist ab 10 Jahre. Aufkleber sind für mich bei Spielsets okay. Wir haben auch ein paar Druck. Und ihr seht vielleicht schon hier, ein großer Plakettenaufkleber ist nicht dabei. Aber wir haben eine große Plakette dabei. Ja, ja. So, die Anleitung. Die sieht so aus. Ganz typische Lego-Anleitung. Und wir hatten Bauabschnitte. Ich glaube, es waren 12. Bin mir ziemlich sicher. Und dann ist das gute Stück am Ende hier fertig. Übrigens hier vorne feiert Lego nochmal 25 Jahre Lego Star Wars. Da gibt es so eine Homepage. Könnt ihr mal gucken, was da drauf zu sehen ist. Und die Lego-Anleitung hier ist Lego-typisch. Ich wollte sagen, die Anleitung ist Lego-typisch. Relativ wenige Teile pro Bauschritt. Danach lässt es sich wirklich ohne Schwierigkeiten bauen. Und ein 10-plusjähriges Kind sollte das Ding auch zusammen bekommen. Wir sehen hier, dass wir Farbkodierung haben. Wir bauen am Anfang so einen Block. Dann werden die Seiten in der Mitte dran geflanscht. Die Farbkodierung war hier wirklich hilfreich, weil bei so einem Würfel kann man schnell mal die falsche Seite bebauen. Hier war nochmal Darth Maelek gerade abgebildet. Aber den seht ihr jetzt gleich sowieso nochmal. Ansonsten gibt es zur Anleitung nicht viel zu sagen. Und ich würde sagen, der wandert jetzt mal nach hinten. Dafür tauschen wir mal ins Bild unseren R2-D2 mit Darth Maelek und mit Plakette und mit Stat. Und da ist das dann vollständig und steht so schön neben uns. Das Beste vorab. Diese Plakette ist ein riesiger, großer Druck. Kein Aufkleber. Sehr cool gemacht. R2-D2 ist auch wieder mit dabei. Den hat man wahrscheinlich schon zuhauf. Hier ist er nochmal drin. So sieht es aus. Muss aber dabei sein bei so einem R2. Finde ich, passt sehr gut. Man hätte natürlich auch noch einen Luke Skywalker reinpacken können. Hätte auch gepasst. Aber R2 ist schon okay, dass er mit drin ist. Und jetzt haben wir hier Darth Maelek. Darth Maelek ist noch nie in einem Realfilm irgendwo aufgetaucht. Die Figur, diesen Charakter, gab es in keinem realen Film bisher. Das heißt, diese Figur hat an sich nichts mit R2-D2 zu tun. Aufgetaucht ist er in den Videospielen Knights of the Old Republic tatsächlich. Aber eben nicht in einer Realverfilmung. Wir sehen hier bedruckten Oberkörper, bedruckte Beine. Keine Arme. Hatte ich gerade schon erwähnt, dass die Figur natürlich exklusiv ist und noch nie vorgekommen ist? Ich hoffe. Das ist auch ein Druck. Auch sieht schick aus mit diesem blauen Design. Das gefällt mir sehr gut. Auf der Rückseite ist der Rücken auch so ein bisschen bedruckt. Wartet mal, ich mach das mal so. Und da sind so ein paar Streifen einfach drauf. Das ist jetzt kein Highlight von hinten, aber der Kittel hängt da sowieso oben drüber. Ich hab jetzt mal den Kopf ein bisschen hochgezogen. Da sieht man dann unten noch seine Munde so ein Metallgebiss. Irgendwie keine Ahnung, was das genau sein soll. Und von hinten hat der Kopf auch nochmal so einen kleinen Silberich. Farbenen, grauen, Silberich Farbenen, wie auch immer. Druck drauf. Unser Darth Malek. Nichts mit R2 zu tun, ist einfach eine Sammelfigur. Eine 2x4 Plate hängt hier auch noch dran. Es gibt noch ein weiteres Set mit einer Sammelfigur. Und zwar das Enter the Attentive 4. Das Set werdet ihr hier auch noch sehen. Oder habt es schon gesehen? Ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge ich das hochlade. Auf jeden Fall gibt es da auch noch eine weitere Sammelfigur. Und die würde hier angesetzt werden können. Dieser R2 und das Tent of Sets sind aktuell die beiden einzigen Sets mit einer Sammelfigur dabei. Es gibt noch weitere Sets zu 25 Jahren Leos Davos Feier. Aber eben ohne Figuren. So. Bis jetzt. Ich glaube, da kommen noch welche. Und nun gucken wir uns mal unseren R2 an. Da ist er der Gute. Frage vorab. Konnte R2 seine Füße hier unten einzeln bewegen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall kann er das hier. Was er noch kann, ist cooler aussehen. Der eine oder andere, ich habe es schon in den Kommentaren gelesen, mag die Noppen hier oben nicht. Ich finde es cool, dass Lego in dem Fall als Lego zu erkennen ist. Die Noppen stören mich hier nicht. Dass alles zugefließt ist, hätte ich mir gar nicht gewünscht. Ihr seht, der Kopf lässt sich komplett drehen. Er hat natürlich auch hier seine kleinen Waffen am Start. Hier sein Undocktool für Bordsysteme irgendwo. Kann er sich mit irgendwas verbinden. Kann man ausklappen. Auf der anderen Seite sein kleines Britzelteil. Damit jagt er dann auch mal kleine böse Viecher weg, die ihn angreifen wollen oder andere Gegner. Und kämpft sich so durch die Gegend. Und hier oben sitzt noch sein kleines Licht, also seine Kamera, die ausgefahren ist. Ihr habt noch eine kleine Funktion dahinter, versteckt sozusagen. Die Antenne kann ich natürlich abmachen. Klar, easy going. Aber ich kann auch hier vorne diese Werkzeuge hier abnehmen. Auf beiden Seiten geht das. Jetzt hat er hier eine offene Stelle. Und Lego packt noch zwei einmal acht Fliesen. Einmal acht müssen sein Fliesen bei. Die ich dann hier vorne draufsetzen könnte. Und dann wäre er hier vorne zu. Und man könnte das auch so schick irgendwie platzieren und präsentieren. Das Beste wäre natürlich gewesen, wenn man das einklappbar gemacht hätte. Das ging vielleicht in den Maßstab. Ich glaube, beim Großen geht das. Hier ging es nicht. So, wir können auch noch hier unten das Beinchen natürlich abnehmen. Das ist einfach bloß mit einer Achse eingesteckt. Und dann könnte er auch so durch die Gegend düsen. So sieht man hier auch da mal. Das Bein fährt ja nicht immer aus. Nur bei Bedarf halt. So, da ist es wieder dran. Und noch ein kleines Highlight, wie ich finde. Hier oben auf dem Kopf hat er noch so einen großen Tisch. Das Ding ist auch bedruckt. So, ein bedrucktes Element. Cool, cool, cool. Sieht schick aus. Und dann steht der kleine R2D-Zoo hier vor uns. Ich mag die Größe sehr gerne tatsächlich. Ich habe es schon in vielen anderen Videos mal gesagt. Zu große Sets nehmen einfach zu viel Platz weg. Dauern auch lange beim Bauen. Und ich habe echt wenig Zeit. Ich habe 40 Stunden Vollzeitjob. Und ich mag es gerne, so eine kleinere, so eine mittelgroße Sets dann zu bauen. Und mir hinzustellen als irgendwelche riesengroßen Brecher. Wie gesagt, irgendwann weiß ich auch nicht mehr, wohin damit. Die müssen dann wieder verkaufen. Ist auch schade drum. Und so ein kleiner passt wunderbar in mein Regal rein. Ich habe hier hinten so ein Regal stehen, wo auch die ganzen Dioramen von Star Wars drin sind. Passt ja wunderbar mit dazu. So, kommen wir mal zum Preis. Habt ihr getippt? Habt ihr geraten, was der hier kosten könnte? Na, wisst ihr es? Ich blende es jetzt hier mal ein. Ja, wir sind bei 99,99 Euro. Ist für Lego Star Wars gar nicht mal so hoch. Wie gesagt, 1050 Teile. Teilepreis von unter 10 Cent bei Lego Star Wars. Mit großen, bedruckten Teilen, die hier am Start sind. Und einer exklusiven Minifigur. Das lässt sich Lego in der Regel besser bezahlen. Hier ist es aber cool. Vom Teilepreis eingepreist. Aber, Obacht. 100 Gramm Preis ist bei 12,70. Das Set ist also nicht sehr schwer. Und ich sage immer, über 10 Euro ist es teuer. Hier wieder die gute Nachricht. Das Set gibt es am freien Markt. Ist freiheitlich, wer darauf satte Rabatte bekommen hat. Dann wirklich, wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, wie ich finde. Die Steinequalität ist allererste Sahne. Die Konstruktionsqualität ist allererste Sahne. Schöne Figuren. Es macht richtig Spaß, das Ding zu bauen. Der sieht, wie ich finde, wirklich schick aus. Ist natürlich subjektiv meiner Meinung. Aber so sehe ich das. Ein Star Wars Set, was ich ohne Probleme empfehlen kann. Richtig geiles Ding, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem süßen Dicken hier unten drunter in die Kommentare. Auch gerne mal zu meiner Preiseinschätzung. Wie seht ihr das so? Und schreibt mir auch gerne rein, was ihr noch so sehen möchtet. Die Tente 4 kommt. Also das Boarding. Ein paar andere Sets. Gerne Tipps unten rein, worauf ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns bestimmt ganz bald in einem nächsten Video wieder. Ich habe Lust drauf. Und bis dahin wünsche ich alles Gute und Tschüss hier von eurer Steinküste.